Assorted Fountain von Leslie mit einer NEM von 56 Gramm und einem Bruttogewicht von 112 Gramm auf 4 Stück verteilt 4 kleine Kategorie 2 Fontänen hier die Charge aus 2010 ja und wenn wir uns das mal angucken na, ich gehe schon auf haben wir hier 4 kleine Fontänen mit verschiedenen Namen so, zuerst zünden wir die Tri-Color Fountain mit einer NEM von 14 Gramm und einem Bruttogewicht von 28 Gramm nun die Peacock Fountain auch hier wieder eine NEM von 14 Gramm und ein Bruttogewicht von 28 Gramm so, und nun zuletzt die Silver Glittering Flowers haben wir zweimal vorhanden auch hier natürlich wieder eine NEM von 14 Gramm und ein Bruttogewicht von 28 Gramm bis zum 15 Gramm bis zum 15 Gramm bis zur Höhe bis zum 25 Gramm Vielen Dank.